Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video, was übrigens vorerst auch das letzte sein wird. Dafür packen wir heute aber sogar gleich zwei Geräte aus, nämlich einmal hier den OneKey Classic und dann auch noch den OneKey Touch. Zwei Geräte, mit denen ich bisher quasi noch gar keine Erfahrungen habe. Ich bin also nur umso gespannter und by the way, beide Geräte wurden mir von OneKey freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Ansonsten bekomme ich dafür aber kein weiteres Geld oder so. Ich würde also sagen, wir machen es wie immer, packen erstmal die Geräte aus und schauen uns an, was man denn da so für sein Geld bekommt. Und dann gibt es natürlich auch noch meinen persönlichen ersten Eindruck zu den Geräten. Und den Anfang macht hier nun erstmal der OneKey Classic, einfach weil der auch das deutlich günstigere Gerät von den beiden ist. Der kostet nämlich nur 70, 80 Euro umgerechnet. Das Unboxing-Messer ist natürlich auch schon am Start. Und eine Sache fällt hier schon mal direkt auf, und zwar Design, das haben sie ziemlich gut drauf. Wobei man auf der anderen Seite auch sagen könnte, dass das hier schon sehr eindeutig von Apple inspiriert ist. Ich meine, wir haben hier oben nur einmal den Namen, dann ein Foto vom Gerät und dann nochmal eine Info, was das denn überhaupt ist. Hier nur ein Logo, da nur ein Logo, da ein Logo als Symbol und unten gar nichts. Und aus der Rückseite gibt es dann natürlich alle weiteren Infos. Und hier oben haben wir sogar dieselbe Öffnungslasche, wie man sie halt, wie gesagt, auch von Apple-Produkten kennt. Ich würde also sagen, wir machen das Ding hier erstmal auf und schauen mal, was sich hier drin so verbirgt. Denn wie gesagt, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich weiß, nur ein paar von euch hatten mir das Gerät schon des Öfteren unter meinen anderen Wallet-Videos empfohlen. Und somit habe ich hier natürlich sehr große Erwartungen, vor allem aber auch für das zweite Gerät. Ich habe hier nun also schon mal die Folie entfernt, welche Gott sei Dank auch nicht irgendwie schon beschädigt war. Denn ihr wisst es alle, wenn die Geräte geöffnet bei euch ankommen, solltet ihr sie direkt wieder zurückschicken. Und damit kommen wir nun hier zum wahrscheinlich besten Moment, und zwar diese Lasche aufzuziehen. Ist zwar ganz klar von Apple inspiriert, heißt aber trotzdem auch, dass es halt extrem geil ist. Ich liebe das. Ich hoffe, es kann wenigstens hier irgendwer nachvollziehen, dieses Gefühl. Ich glaube, wir müssen hier sogar beide öffnen. Und dann sliden wir hier mal das Gerät raus. Das bewegt sich auf jeden Fall auch ganz langsam, so wie wir es lieben. Und dann kommt uns hier auch nochmal ein weiteres Logo entgegen, hier auf so eine Pappplatte. Ne, was ist das? Krass. Hier sogar noch so ein reflektierendes Ding drin. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Sein Wallet-Key oder seine Seed-Phrase kann man hier auf jeden Fall nicht draufschreiben. Gut, was soll's. Dann hier nochmal so eine kleine Erklärseite, auch mit einer Kurzanleitung auf der Rückseite. Und dann kommen wir nun auch zum richtigen Inhalt. Hier nochmal schön in grün wird dann wohl deren Main-Color sein von der Firma. Ja, hier geht es auch direkt weiter mit grün. Was haben wir hier drin? Vielleicht sogar noch Sticker. Ja, tatsächlich. Also ich glaube, die Apple-Inspiration wird hier immer, immer deutlicher. Ansonsten ist hier aber erstmal nicht mehr drin, außer halt so eine Kurzanleitung und wie gesagt die Sticker. Wir kommen also direkt zum nächsten Inhalt. Und zwar ist das diese kleine Packung hier unten. Da steht Recovery Cheat drauf. Also ich denke mal, das wird hier irgendwas sein, wo man halt seine Seed-Phrase draufschreiben kann. Ja genau, hier einfach so eine kleine Pappe, könnte man schon fast sagen. Nichts Besonderes, aber natürlich wichtig, denn die Seed-Phrase ist ja der Schlüssel zu unseren Coins. Und damit sind wir dann auch tatsächlich schon beim letzten Inhalt angekommen, beziehungsweise beim vorletzten. Ladekabel muss hier ja eigentlich auch noch drin sein. Genau hier haben wir das Ladekabel schön verpackt. Es erinnert mich hier wirklich alles an Apple. Es ist sogar fast noch etwas besser, denn das hier ist so ein weicher Schaumstoff. Braucht man zwar nicht unbedingt, finde ich aber persönlich ganz angenehm. Und selbst das Ladekabel ist hier einerseits USB-C und andererseits so geflochten, dass es halt einfach schwieriger kaputt geht oder irgendwie einen Kabelbruch erleidet. Und zum Schluss dann natürlich das Gerät, welches wirklich unfassbar dünn und unfassbar leicht ist. Ich dachte ja schon beim Lable Titan 2, dass der sehr dünn ist, aber das hier toppt das nochmal komplett. Also es sind hier vielleicht, was weiß ich, 4 Millimeter, 3 Millimeter. Und vom Gewicht her könnte man hier auch zwei Kreditkarten in der Hand haben. Also öffnen wir das hier auch nochmal. Auf jeden Fall schon mal ein sehr angenehmes Gefühl beim Auspacken. Und dann halten wir hier hoffentlich auch endlich mal das Gerät in der Hand. Ja krass, das ist wirklich unfassbar fest zusammengeschweißt, zusammengeklebt. Also das Gerät aus der Verpackung entfernen und es dann wieder einpacken, sodass es nicht mehr auffallen würde, würde ich quasi als unmöglich bezeichnen. Und hier haben wir denn nun auch das Gerät, was wie gesagt unfassbar leicht und unfassbar dünn ist. Ich meine, ich kann ja einfach mal hier die Messerklinge daneben halten. Und ja, das ist die Rückseite der Messerklinge, aber die entspricht denn auch schon mehr als der Hälfte von diesem Gerät. Also ich denke mal, das könnte man schon fast in seinem Portmanemid aufbewahren. Und sehr viel gibt es hier dann aber auch tatsächlich gar nicht zu entdecken. Es ist unfassbar clean designt. Wir haben hier dieses kleine Logo, dann haben wir hier vier verschiedene Buttons, ein kleines Display, was dann sehr wahrscheinlich gerade auch für den Preis nicht touch sein wird. Und hier unten halt den Stecker, um USB-C zu laden. Und ihr seht schon, der ist quasi bereits dicker als das komplette Gerät. Also erster Eindruck hier schon mal sehr positiv. Auch die Oberfläche wirkt so, als würde man normale Fingerabdrücke hier quasi überhaupt nicht sehen. Wenn man aber fettige Finger hat, ich glaube, dann sieht man hier jeden einzelnen Abdruck. Und ich kann schon mal sagen, an sich gefällt mir das Gerät sehr. Wenn man aber bedenkt, dass es halt so ein Wallet ist, was man nur mit Knöpfen bedienen kann, was kein dickes Touch-Display hat oder so, ist es mir fast sogar ein bisschen zu groß. Also da wäre mir persönlich jetzt völlig egal, was man von der Firma hält. Das Design von so einem Ledger Nano noch mal ein bisschen lieber. Einfach so ein kleiner USB-Stick, den kann man dann noch mal etwas einfacher verstauen. Aber beschweren kann man sich hier natürlich trotzdem nicht. Und somit erstmal genug hier zum One-Key-Classic. Natürlich werde ich den auch noch ausprobieren, einrichten, Tutorials aufnehmen und so weiter. Und irgendwann kommt dann selbstverständlich auch noch ein ausführlicheres Review. Ich würde aber sagen, wir machen erstmal mit dem Touch weiter. Denn ich denke, da erwartet uns noch mal deutlich mehr. Immerhin ist das Gerät ja auch quasi dreimal so teuer. Hier sprechen wir nun nämlich nicht mehr von 90, sondern schon von 250 Dollar. Womit auch klar wird, mit welchen Geräten man hier konkurrieren möchte. Deutlich eher mit so einem Keystone Pro oder mit einem Alepple Titan oder mit dem Ledger Stacks in der Preiskategorie bewegen wir uns da. Generell bewegen wir uns da quasi schon im absoluten oberen Teil. Also eher beim Ledger Stacks als jetzt zum Beispiel beim Titan oder beim Keystone Pro. Die kosten ja eher so 140, 150 Euro. Ich bin also wirklich sehr gespannt. Ich kann es nicht oft genug betonen. Denn bei 250 Dollar, 230, 240 Euro, habe ich hier schon sehr viel zu erwarten. Wir sliden nun also auch dieses Gerät hier aus der Verpackung, was obwohl es jetzt bereits schwerer ist, noch gar nicht so Bock hat. Und auch hier erwartet uns dann erstmal wieder so ein kleiner Zettel. Ich denke mal darunter genau ist dann auch wieder der reflektierende. Und dann kommt uns hier erstmal wieder grün entgegen. Ich glaube, wir müssen da jetzt nicht extra nochmal reingucken. Kleine Anleitung, Sticker und so weiter. Und auch hier drinnen sieht es quasi genauso wie beim Classic aus. Wir haben hier das Recovery Sheet. Ist auch genauso groß. Ist auch genauso schwer. Darunter nichts weiter versteckt. Und hier dann halt das Gerät nochmal schön verpackt. Und darunter auch, ich denke mal, genau dasselbe Ladekabel. Wir können also, denke ich mal, auch direkt mit dem Wallet weitermachen. Und öffnen das jetzt hier erstmal wieder mit diesem schwerfälligen Verpackungsmaterial. Wobei, hier kommt mir das Gerät sogar direkt entgegen. Ja Mensch. Und da haben wir dann auch das gute Stück. Hier einmal das Touch-Display. Und hier die Rückseite. Wieder nur ein ganz kleines Logo. An der Seite natürlich auch noch hier die Taste zum Entsperren. Und dann, okay krass, anscheinend gar keinen SD-Karten-Slot. Ich denke also mal, dieses Gerät wird entweder auf eine Kabelverbindung oder auf irgendwie Bluetooth oder so setzen. Bin ich sehr gespannt. Haben wir ja bisher doch eher selten getestet. Sowas in der Art. Und hier unten dann natürlich wieder den USB-C-Ladeport. Und eine Sache fällt hier aber wirklich direkt auf. Und zwar, wie klein dieses Gerät ist. Ich meine, ich halte hier einfach mal den Keystone 3 Pro daneben. Ist schon mal deutlich größer. Und wenn ich hier den Aliput Titan 2 daneben halte, der ist sogar noch mal größer. Also hier mit Abstand das kleinste auf Touch basierende Hardware-Wallet, was ich bisher in der Hand hatte. Und ich habe noch keine Ahnung, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Und ich denke mal, das werden wir auch sehr wahrscheinlich erst im ausführlichen Review herausfinden. In jedem Fall ist das Gerät aber unfassbar minimalistisch. Deutlich minimalistischer als das hier. Und meiner Meinung nach sogar noch mal minimalistischer als dieses hier. Und es ist auch wirklich hochwertig und sehr gut verarbeitet. Für seine Größe auch relativ schwer. Also würde ich jetzt ungern die ganze Zeit noch irgendwie in der Tasche mit umherschleppen wollen. Muss man natürlich aber bei einem Hardware-Wallet auch absolut nicht machen. Somit kann ich also als ersten Eindruck schon mal loswerden. Verpackung top. Absolute Oberklasse. Was Besseres haben wir bisher kaum gesehen. Auch die Verarbeitung auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Trotzdem bin ich aber ein bisschen skeptisch. Denn auf den Classic bin ich jetzt im Nachhinein, glaube ich, sogar gespannter. Immerhin ist er auch deutlich günstiger. Und ein Gerät in der Preisklasse hatten wir bisher, glaube ich, auch noch nie im Test. Aber bei dem Touch weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Weil 230, 240 Euro ist schon eine ganze Stange Geld. Und ich kann mir bisher noch nicht so ganz vorstellen, dass der wirklich 100, 120 Euro besser ist. Allzeit zum Beispiel hier der Alipel Titan 2 oder auch der Keystone 3 Pro. Aber gut, ich werde auch das Gerät natürlich ausführlich für euch testen, einrichten, Tutorials hochladen und so weiter. Und dann sehen wir uns spätestens wieder in meinem ausführlichen Review. Somit würde ich also sagen, für heute reicht es erstmal. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo da, wenn ihr das Review nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns dann wie immer wieder beim nächsten Video.